Guten Tag, ich heiße Greg Hans, ich bin der Abgeordnete für Chelsea und Fulham in London und es betrifft Lidl in Deutschland und es handelt sich über ein Postamt in meinem Wahlkreis in England, in London, in Northern Road, einer der ärmsten Viertel von London und der Postamt wird leider schließen, weil Lidl hat eigentlich aufgenommen eine Filiale von unserem Co-op-Warenhaus hier in Großbritannien, aber ohne den Postamt und ich schreibe ein Lidl hier in Necklesund in Deutschland, um Ihnen zu sagen, dass Sie sollen den Postamt aufrechterhalten, weil es wird sehr beliebt in meinem Wahlkreis, sehr beliebt von meinen Wählern und wir brauchen dieses Postamt und meine Botschaft an Lidl in Deutschland ist ganz klar, dass Sie sollen die Meinung ändern und endlich unser Postamt gewährleisten. So, das ist unser Botschafter an Lidl, wir schreiben, Lidl muss unser Postamt offen halten und deswegen schreibe ich an den Filialen in Necklesund in Deutschland, um das zu schaffen. So, vielen Dank an Lidl und ich erwarte jetzt eine Antwort von Lidl und wir hoffen, dass wir retten unseren Postamt.